Und heute berichte ich euch von einem Urteil, das auch mich erstmal ganz kurz überrascht hat, zumindest wenn man so an seine eigene Praxis denkt und das zeigt, wie schnell man seinen Führerschein verlieren kann. Und ich würde fast denken, dass einige von euch, die das jetzt hören, im Nachhinein blass werden und ihr Verhalten für die Zukunft möglicherweise anpassen. Ich werde dir danach auch nochmal sagen, am Ende des Videos, warum das wahrscheinlich auch anderweitig noch eine Rolle spielen kann. Aber gucken wir uns doch erstmal kurz an, wovon ich hier überhaupt rede, was ich hier meine. Das Landgericht Oldenburg hat gesagt, dass, und nicht nur das Landgericht Oldenburg, sondern das hat ein Urteil des Amtsgerichts bestätigt, also es gibt quasi da schon zwei Gerichte, die das genau gleich gesehen haben. Dass die Fahrt mit einem E-Scooter und wenn man sich dann festhält an der Längsstange, also ich fahre mit hinter einem anderen und halte mich mit an der Längsstange fest, dass auch das, wenn man das in betrunkenem Zustand macht, dieses Mitfahren zum vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis führen kann. Jemand hatte mit 1,2 Promille sich eben hinter dem Fahrer an der Längsstange festgehalten und war dann auf dem Radweg, also die wussten wahrscheinlich schon, dass er nicht so doll ist, mit dem E-Scooter mitgefahren. Die Polizeistreife hat dann festgestellt, für den er sich nur festgehalten hatte, also nur in Anführungszeichen, eine Blutalkoholkonzentration von 1,2 Promille. Das Amtsgericht Oldenburg hatte dann die Fahrerlaubnis entzogen und dagegen hatte der Beschuldigte dann sich ans Landgericht mit der Beschwerde gewandt. Und die Herr Landgericht hat hier gesagt, vergiss es. Und jetzt können wir noch mal kurz in die Begründung gucken und da wäre man dann wahrscheinlich blass. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist Führer eines Fahrzeugs derjenige, der selbst alle oder wenigstens einen Teil der wesentlichen technischen Einrichtungen des Fahrzeugs bedient, die für seine Fortbewegung bestimmt sind, also das Fahrzeug unter bestimmungsgemäßer Anwendung, also nicht unter, so wie es gedacht ist, seine Antriebskräfte unter eigener Allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt oder das Fahrzeug unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung durch den öffentlichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil lenkt. Also der Bundesgerichtshof und seiner unendlichen Weisheit hat also schon erkannt, dass es offensichtlich nicht immer so ist, dass einer voll die Verantwortung hat, sondern dass es hier Gemeinschaftsaktionen geben kann. Also das Gericht sagt dann hier, entsprechend wie auch der Bundesgerichtshof ist Führer eines Fahrzeugs nicht nur derjenige, der alle für die Fortbewegung des Fahrzeugs erforderlichen technischen Funktionen ausübt, sondern auch, wer nur einzelne dieser Tätigkeiten vornimmt, jedenfalls solange es sich dabei um solche handelt, ohne die eine zielgerichtete Bewegung des Fahrzeugs im Verkehr unmöglich wäre. Nun sagt der ja, also erstmal sagt er, ich habe die Hände am Lenkrad gehabt, ja, das hat er hier eingeräumt, aber er wollte sich ja festhalten und keine Lenkbewegung machen, ja, das heißt zielgerichtet ist es ja irgendwie nicht, wenn ich mich einfach nur sichern will, so war die Verteidigungslinie von dem, ja, aber das Gericht sagt eben auch, wenn ich mich nur festhalten will, ist das Lenken und damit ein Führen, denn das Festhalten eines E-Scooters führt dazu, dass dieser in eine bestimmte Richtung gelenkt wird, nämlich geradeaus und dieses in der Spur halten und so weiter und nur weil das nun zwei machen, führt das nicht dazu, dass einer jetzt oder beide nicht mehr lenken, ja, sondern sie lenken, sagt das Gericht hier, in einer Art Mittäterschaft und führen also beide dieses Fahrzeug. Und dann hat er noch als zweite Verteidigungslinie gesagt, ja, er hat ja gar keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit, das kann ja nur der Fahrer machen, ja, aber das ist natürlich ein relativ schwaches Argument, da sind wir uns einig, also wenn ich, ich führe ja ein Fahrzeug auch noch dann, wenn ich es nur lenke und ein anderer drückt aufs Gaspedal, das führt nicht dazu, dass ich es nicht führe, ja. Also insofern, sage ich mal, ist das wohl ein Urteil, was wohl so Bestand haben wird, fürchte ich, ja. Es geht also 316 StGB, Trunkenheitsfahrt und wenn in solchen Fällen, wer sich so strafbar macht, wie das Gericht hier meint, ist in der Regel als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen, nach § 69 Absatz 2 Nummer 2 StGB und das wiederum rechtfertigt die Vorläuferentziehung der Fahrerlaubnis bereits im Ermittlungsverfahren und was mit dieser armen Fahrerlaubnis dann später passiert, das kannst du dir vielleicht ungefähr ausrechnen und wenn du selbst mal irgendwie dich mit Trunkenheit beschäftigt hast und nur ganz rudimentäre Kenntnisse, dann weißt du auch, wie kompliziert und folgenreich diese Geschichte ist. Selbst wenn ich der Strafverteidiger aus dem 316 rauskriegen würde, in gewisser Weise würde das möglicherweise von den Ordnungsbehörden trotzdem noch etwas hinterher setzen. Also in solchen Fällen, wenn dir sowas passiert, also erste Linie ist natürlich, ich würde es vermeiden, wenn dir sowas passiert, dann solltest du wirklich umgehend einen Anwalt aufsuchen. Wenn du Hilfe von uns brauchst, kannst du dich gern hier auch melden und hören, ob wir in deinem konkreten Fall was für dich tun können. Auf jeden Fall in solchen Fällen immer sofort zum Anwalt. Wir haben ja auch einen Verkehrsrechtler, der das auch strafrechtlich mit bearbeitet. So jemand sollte das sein, also sollte jemand sein, der sich mit der Materie auskennt.